Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer weiteren Folge vom iCloud Drive 2.0. In der letzten Folge habe ich dir einmal gezeigt, wie wir die Apple ID erstellen und was der Unterschied zwischen einer Ad-iCloud-Adresse und einer herkömmlichen normalen E-Mail-Adresse ist. In der heutigen Folge zeige ich dir einmal die Benutzeroberfläche von der iCloud auf dem Rechner, in Safari, also im Webbrowser. Und einmal auf dem iPhone. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge auf dem NIRS-Hilfe-Kanal in der Playlist iCloud Drive 2.0. Wie gerade eben am Anfang schon gesagt, zeige ich dir heute einmal die Benutzeroberfläche von der iCloud im Rechner, also im Rechner, dann im Webbrowser und einmal auf dem iOS-Gerät. In meinem Fall jetzt natürlich das iPhone. Auf dem Rechner finden wir diese Benutzeroberfläche einmal unter Systemeinstellungen. Dazu rufen wir am Rechner einmal Systemeinstellungen auf. Und dann befindet sich in der, ich sag mal so etwas in der dritten Zeile, ganz links der Button iCloud. Dort gehen wir einmal rauf und sehen jetzt hier einmal unsere Benutzeroberfläche für die iCloud. Dort können wir einstellen, also dort können wir einstellen auf dem Rechner einmal, was wir alles synchronisiert haben wollen. Da muss ich nochmal genau sagen, es wird nur das synchronisiert mit der iCloud, was du auch angeklickt hast. Das wird nicht irgendwie von automatisch oder so einmal vom Rechner alles synchronisiert, sondern allein du entscheidest, was alles mit der Cloud synchronisiert werden soll. Das heißt also in meinem Fall, weil ich natürlich eine iCloud-Adresse habe, wird in meinem Fall einmal die, ja ich sag mal die Mail wird synchronisiert, dann das iCloud Drive, wo wir unsere Dokumente und Benutzerdaten zum Beispiel drin speichern können, dann meine Kontakte, Kalender und Erinnerungen. Ansonsten können wir hier noch sehen, also einmal natürlich, was wir hier synchronisiert haben. Wenn wir zum Beispiel mal hinter iCloud Drive auf Optionen gehen, finden wir einmal die Optionen oder die ganzen Sachen, die wir im iCloud Drive speichern können, beziehungsweise gespeichert sind. Zu guter Letzt können wir hier auch noch einmal sagen, Ordner, Schreibtisch und Dokumente synchronisieren. Das heißt also, mit dem neuesten Betriebssystem und der Sierra werden die Ordner, also die vorgefertigten Ordner, Dokumente und Schreibtisch, die von Apple quasi vorgefertigt sind, synchronisiert. Wenn wir da drauf alles speichern, über Schreibtisch und Dokumente, dann können wir das mit Hilfe der iCloud einmal auf einem anderen Rechner synchronisieren. Das ist vor allen Dingen dann vorteilhaft, wenn du halt viele Dateien brauchst und die immer wieder zur Verfügung haben möchtest, dann können wir diese Option hier einmal einschalten und so unsere Dokumente synchron halten. Wenn wir einmal zurückgehen, wieder zur Benutzeroberfläche und nun einmal auf Fotos gehen, hier können wir dann einmal entscheiden, ob wir die iCloud Foto Mediathek geöffnet haben wollen, also aktiviert haben wollen oder wenn nicht, dann meinen Fotostream oder die iCloud Foto Freigabe aktivieren können. Ansonsten können wir hier in diesem Fenster noch einmal sehen, wie viel Speicherplatz wir gerade haben. Ich habe nun 200 GB, das abonniere ich monatlich von Apple, weil ich halt diesen großen Platz brauche, allein schon von meinen Bildern. Und dann wird dir noch angezeigt, wie viel Speicherplatz wir zur Verfügung haben. Wenn du jetzt allerdings sagst, ich habe nur 5 GB, wie kann ich denn das erweitern? Dann gehen wir hier einmal auf Erweitern, dauert es kurz einen Moment und können danach in dem neuen Fenster einmal sehen, was natürlich einmal in der iCloud drin ist. Hier haben wir zum Beispiel fast 27 GB Fotos oder auch Backups von meinen iOS-Geräten. Wir können aber auch sagen, wenn du jetzt wirklich nur 5 GB hast und du möchtest mehr haben, weil du die iCloud Foto Mediathek abonnieren möchtest, gehen wir hier auf Speicherplan ändern und können hier einmal sehen, welche Optionen wir zur Verfügung haben, wie zum Beispiel einmal 1 TB oder 2 TB pro Monat. Das sind noch relativ humane Preise, die Apple da anbietet. Von daher würde ich dir immer empfehlen, mindestens 50 GB zu abonnieren. Des Weiteren können wir hier in diesem Fenster uns einmal eine Familienfreigabe einrichten. Dazu komme ich allerdings irgendwann später nochmal zur Familienfreigabe, was man damit alles machen kann und wie wir diese einstellen. Wenn ihr diese Folge einmal sehen wollt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben und ich werde dazu mal ein Video machen. Ansonsten unter Account Details finden wir alles, was zu unserem Account wichtig ist. Übrigens, hier drüber können wir noch ein Foto bearbeiten, wir können ein Foto hinzufügen. Und der Account Details, ich musste übrigens kurz die Kamera wechseln, weil der Akku meiner Digitalkamera alle geworden ist. Perfekt vorbereitet natürlich. Wenn wir auf Account Details klicken, müssen wir einmal unser Passwort eingeben. Warten wir kurz und nun können wir einmal einsehen, welche Account Details wir hier eingefügt haben. Wie zum Beispiel hier können wir unseren Namen ändern, dann noch einmal das Foto und unsere Apple ID wird ja auch gleich angezeigt, nämlich in meinem Fall die iCloud Adresse. Unter Kontakt können wir einmal eintragen, was wir hier alles haben wollen. Unter Erreichbar unter haben wir einmal unsere Apple ID, quasi unsere oder meine iCloud Adresse und meine Telefonnummer, die natürlich auch für iMessage benutzt wird. Wir können hier auch noch die Telefonnummer einfach rausnehmen. Wir können aber auch Adressen noch hinzufügen. Und immer wenn wir uns dann anmelden oder beziehungsweise kann uns dann jeder über diese Apple ID oder die E-Mail-Adresse oder eine andere Telefonnummer immer erreichen. Bei der primären Adresse ist oder sollte eigentlich deine Standardadresse oder sollte eigentlich dein Wohnsitz drin sein, damit man, falls Apple irgendwann mal diese Sachen fragt, also Apple fragt diese Sachen eigentlich nur dann, wenn du ein Problem hast mit deinem Gerät und du dich beim Apple Store melden musst und irgendwas, ich sage mal, autorisiert werden muss von Apple, dann fragen die immer nach so verschiedenen Sachen wie zum Beispiel Sicherheitsfragen oder dein Geburtsdatum. Deswegen würde ich das Geburtsdatum auch immer genau eingeben, genauso wie meine Adresse. Hier unten unter Mail-Einstellungen können wir einfach den Newsletter abonnieren und deabonnieren, wie zum Beispiel von Ankündigungen oder zum Beispiel von Angeboten in iTunes oder App Store. Unter Sicherheit haben wir natürlich einmal die Möglichkeit, unser Passwort zu ändern und natürlich auch das gegebenenfalls das Datum und wir können auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung einstellen. Was diese Zwei-Faktor-Authentifizierung ist, dazu komme ich allerdings auch nochmal in einer späteren Folge in dieser Playlist und ist auf jeden Fall ein ganz cooles Gimmick, sage ich mal, oder was heißt Gimmick, ist ein ganz cooles Feature, was Apple rausgebracht hat. So brauchst du immer zwei Geräte, um dich an einem Apple-Gerät zu autorisieren. Deswegen finde ich die Zwei-Faktor-Authentifizierung so richtig cool. Wie gesagt, komme ich irgendwann nochmal in einer späteren Folge zu. Unter Geräte, das ist jetzt übrigens neu unter Sierra, haben wir die Möglichkeit, uns jetzt hier einmal anzeigen zu lassen, was wir alles an Geräte haben, wie zum Beispiel immer mein iMac, meine Apple Watch, mein iPhone 6 Plus und mein MacBook Pro 13 Zoll. Unter Zahlung haben wir die Möglichkeit, unsere Premiere-Zahlungsmethode einmal auszuwählen. In meinem Fall benutze ich eine Mastercard, also eine Kreditkarte. Dann wird das immer monatlich abgerechnet, was ich mir alles kaufe, wie zum Beispiel Filme. Der letzte Film, den ich mir gekauft habe, das war Deadpool. Das ist ein ziemlich cooler Film. Dann wird das nämlich pro Monat immer abgebucht und man muss sich nicht ewig immer diese iTunes-Karten oder App-Store-Karten kaufen, weil irgendwann vergisst man das mal und dann wird halt ein Abo oder es ist ein Abo ausgelaufen und so. Deswegen wird, also meine Empfehlung, immer so eine Kreditkarte. Man kann auch eine Prepaid-Karte nehmen, dass man irgendwie pro Monat irgendwie sich 50 Euro rauflädt und dann halt für 50 Euro immer einkaufen kann im App-Store oder iTunes-Store. Also wie du es möchtest natürlich. Und das ist so die Oberfläche von der iCloud auf dem Mac. Schauen wir uns mal die Oberfläche auf dem Webbrowser an. Kleinen Moment. Wenn wir im Webbrowser sind, sei es Safari, Firefox, Google Chrome oder sogar Internet Explorer, dort gehen wir einfach auf www.icloud.com, wie jetzt hier in meinem Fall und dann melden wir uns hier mit unserer Apple-ID an. Kleinen Moment. Haben wir uns dort einmal angemeldet. Haben wir hier die verschiedensten Punkte wieder, wie wir auch einmal in der iCloud-Oberfläche auf dem Mac gesehen haben, haben wir hier die verschiedensten Punkte, wie zum Beispiel Kontakte, Fotos, iCloud Drive oder sogar die Mail. Und wenn wir jetzt dort reingehen, können wir einmal uns anzeigen lassen, was wir alles in der iCloud zu speichern oder gespeichert haben. Unter iCloud Drive zum Beispiel sollten wir unsere iCloud Drive Ordner einmal angezeigt werden, zum Beispiel Pages, Keynote und Numbers oder halt auch deine eigene Ordnerstruktur. Wenn wir hier oben auf Drive gehen, iCloud Drive, können wir zwischen den ganzen, ich sage mal zwischen den ganzen Punkten oder zwischen den Apps hier hin und her switchen und wir können uns zum Beispiel jetzt hier auf die iPhone-Suche begeben. Wenn wir zum Beispiel die iPhone-Suche haben, sehen wir, oder wird erstmal nach allen Geräten gesucht und es wird angezeigt, wo wir uns hier, oder wo unser Gerät sich gerade befindet. Hier hat er jetzt gerade zwei Geräte gefunden von mir und unter alle Geräte haben wir eine Auflistung aller unserer Produkte, die wir auch aktualisiert haben. Wenn wir unter dem Namen gehen, also unter deinem Namen gehen, können wir uns einmal abmelden oder auf die iCloud Einstellungen gehen. Das ist nichts weiteres als eigentlich das Grundthema oder das Grundfenster, was wir gesehen haben. Hier haben wir die Übersicht einmal, wie viel Speicher wir benutzt haben und wie viel wir noch frei haben. Dann können wir hier unsere Apple ID verwalten. Wir können unsere Zeitzone verwalten, falls wir mal umgezogen sind, zum Beispiel nach Amerika. Wir können unsere Geräte hier sehen, die wir einmal aktiviert haben, zum Beispiel hier mit unserer MacBook Pro. Zudem können wir hier auch noch sagen, in allen Browsern abmelden. Das heißt also, wenn sich vielleicht jemand mit deiner Apple ID irgendwo angemeldet hat, klicken wir hier rauf und schon wird jedes iCloud.com-Fenster in jeglichen Webbrowsern, die mit deinem Apple ID natürlich angemeldet sind, einmal beendet. Und das ist die Benutzeroberfläche von der iCloud im Webbrowser. Schauen wir uns mal die iCloud zu guter Letzt auf dem iPhone an. Kleinen Moment. Sofern wir in unserem iOS-Gerät sitzen, gehen wir einmal auf Einstellungen, scrollen ein bisschen weiter runter und gehen dann einmal auf iCloud. Dort haben wir wieder das Fenster, ähnlich wie auf dem Mac, was wir alles synchronisieren wollen mit der iCloud. Hier habe ich halt auch eingeschaltet, einmal Safari, Erinnerungen. Ich habe eigentlich alles eingeschaltet, außer das iCloud-Backup. Das habe ich jetzt ausgeschaltet, weil ich immer noch, ich sage mal, altmodisch mein Telefon oder mein iPhone an den Mac schließe und in iTunes-Backups mache. Das ist immer noch am sichersten, finde ich, weil das kann man doppelt und dreifach sichern, dann nochmal mit Time Machine zum Beispiel. Was wir jetzt hier einmal machen können, ist hier oben wieder einmal auf unseren Namen zu gehen und dort die verschiedenen Sten. Wir können auf unseren Namen gehen und dann haben wir hier, ähnlich wie auf dem Mac, die ganzen Informationen, wie zum Beispiel Kontaktinformationen, wo wir iMessage und auch die primäre Adresse haben, Wohnadresse zum Beispiel. Wir können hier unser Kennwort ändern und die Zwei-Faktor-Authentifizierung deaktivieren oder aktivieren. Wir können unter Geräte wieder sehen, welche Geräte wir aktiviert haben beziehungsweise auf unsere Apple-ID angemeldet haben und dann einmal unter Zahlung können wir unsere Zahlungsbestätigung oder Zahlungsmethode einfach ändern. Wir können aber auch sagen, im Speicher einmal uns anzeigen lassen, wie viel Speicher wir gesamt haben, wie viel wir verbraucht haben. Wir können unseren Speicher verwalten, gegebenenfalls etwas löschen. Wir können aber auch unseren Speicherplan einmal ändern. Zum Beispiel auch Speicherplan ändern. Und dann halt wieder auswählen, ob wir mehr haben wollen oder unter Downgrade-Optionen, in meinem Fall jetzt, ob wir es einmal zurücksetzen wollen auf 50 GB oder 5 GB. Da mache ich jetzt einmal abbrechen und gehe wieder zurück. Und das sind die Benutzeroberflächen der iCloud auf dem Mac, im Webbrowser und einmal auf dem iPhone. Wenn du jetzt noch Fragen hast zu diesem Thema oder einem anderen Thema, schreib mir doch gerne in die Kommentare oder auf Twitter einfach at Nils BER. Dann kann ich auch auf Twitter eure Frage sehen. Oder wenn du dir sagst, pass auf Nils, ich habe kein Twitter, dann schreib mir einfach per Mail. Das ist die info at nilzhilft.de. Dann kann ich auch per Mail deine Fragen beantworten. Ansonsten sehen wir mich ja hier wieder am Abblendbildschirm. Diesmal ein bisschen neuer. Ich bin ein bisschen nach links gerückt, von dir aus gesehen. Und auf der rechten Seite haben wir in der oberen Folge, ist wieder so ein vorgefertigter YouTube-Abmoderationsbildschirm. So nennt sich das hier. In der oberen Folge zeige ich dir einmal, wie du deine Apple-ID einrichten kannst, beziehungsweise wenn du noch keine hast, wie du eine erstellen kannst. Und in der unteren Folge zeige ich dir einmal, was du mit der iCloud-Foto-Mediathek alles machen kannst und wie du diese überhaupt aktivierst. Und damit bedanke ich mich nochmal fürs Reinschalten. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.